I wish you had my imagination Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal wie immer einmal im Monat das Hall of Furious Video, wo ich euch das Monster in der Hall of Furious vorstelle. Ob es gut ist, ob es nicht so gut ist, wo man spielen könnte und so weiter und so weiter und so weiter. Kurz wie immer bei dieser Art von Videos zwei Sachen vorweg. Das erste ist, dass alles was ich in dem Video sage, wenn ich irgendwie sage, dass es in dem und dem Bereich gut oder in dem und dem Typen gut, ist es meine persönliche Meinung. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, das ist so und das müsst ihr jetzt glauben, weil das ist einfach so. Sondern es ist wie gesagt meine Meinung aufgrund der Multiplier von den Fähigkeiten, aufgrund dessen, dass ich es auch selber teilweise gespielt habe und so weiter. Deswegen meine eigene Meinung. Das zweite ist, dass sich alles auf heutige Upload-Datum bezieht, nämlich den 8.10.2020. Das heißt, wenn Leute irgendwie im Nachhinein nach ein paar Wochen das Video vielleicht gucken, weil sie Melissa gezogen haben und dann wissen wollen, hey, ist die gut, ist die nicht gut, wo kann ich sie spielen? Dass dann vielleicht in ein paar Wochen das Monster vielleicht gebufft oder genervt worden ist oder Fähigkeiten einfach anders sind. Und dann kann das natürlich in diesem Video nicht auftreten, weil ich natürlich nur das reviewen kann, anverstrichen und analysieren kann, was halt derzeit im Game drinnen ist. Schauen wir uns mal kurz Melissa an von den Fähigkeiten und ähnliches. Also, Melissa, die Wind-Chakram-Dancer. Von den Base-Stats her ist relativ normal, vielleicht ein bisschen mehr Attack als so durchschnittliche Monster in Anführerstrichen. Deswegen, wenn sie auf Level 40 ist, als 6-Sterne-Monster, hat es 9000 HP, 770 Attack, 600 Death und 103 Base-Speed. Deswegen, der Attackert von 700 bis 769 Base-Attack ist ein bisschen höher als durchschnittliche Monster, sag ich jetzt mal. Deswegen für ein Forster-Monster allerdings relativ normal und jetzt nichts atemberaubendes. Dann, die erste Fähigkeit ist ein Double-Hit und die skaliert auf dem Leben des Gegners. Also, je weniger Leben der Gegner noch prozentual hat, desto mehr Schaden macht diese Fähigkeit. Die schwankt zwischen 150% bis zu 300% Attack-Multiplier und das mit einem Double-Hit. Außerdem wird mit der Fähigkeit, wenn wir das machen, immer ein Boomerang-Warrior in unserem Team random-mäßig mit einer dabei ist, wie gesagt, mitgenommen, der ebenfalls dann auch diesen Effekt bekommt. Beziehungsweise, der Boomerang bekommt den Effekt, sehe ich gerade, das ist nicht bei einer anderen Fähigkeit, sondern er greift einfach an. Also, wenn wir das mit Sabrina zum Beispiel kombinieren und wir haben nur Sabrina in unserem Team, also den Wasser-Boomerang, dann greift dieser zusammen an, wenn wir die Fähigkeit hier machen von Melissa. Dann, die zweite Fähigkeit Double-Strike, wie es schon heißt, Double ist ein Double-Hit, hat einen 270% Damage-Multiplier. Wie gesagt, alles immer ohne Skill-Ups. Mit dem ersten Hit von dieser Fähigkeit haben wir eine Chance, mit 50% einen Death-Break zu machen und mit dem zweiten Hit haben wir eine Chance auf eine Attack-Power-Break. Letzte Fähigkeit hat einen 370% Multiplier ebenfalls wieder einen Double-Hit. Und zwar ist es so, dass wir zweimal einen Gegner angreifen und wir ignorieren alle Effekte, die irgendwie Schaden reduzieren. Was es ist, komme ich gleich noch zu sprechen. Und außerdem wird der Schaden von dieser Fähigkeit um 10% erhöht für jeden Buff oder Debuff, also schädlichen Effekt, auf dem Ziel, was wir angreifen. Außerdem bekommt der Boomerang-Warrior, also praktisch das Gegenstück von Melissa, also der andere Twin, was aber vom Element her egal ist, ebenfalls diesen Effekt. Dann haben wir noch einen Dungeon-Leader-Skill von HP 33%. Also, die letzte Fähigkeit mit diesem Ignore-All-Damage-Reduction-Effekt, also alle Effekte, die irgendwie Schaden reduzieren, werden blockiert. Dazu gehört zum Beispiel Damage-Reflect. Dazu gehört ein Death-Buff. Dazu gehört entweder ein Shield-Buff oder auch Shield-Sets. Dazu gehört übrigens auch Defend. Deswegen der Defend-Buff, der Verteidigungs- oder Beschütz-Buff oder ähnliches, wie man es nennen möchte. Was zum Beispiel die zweite Fähigkeit von Chandra ist, kann man auch damit ekonominieren. Und was das Allerinteressanteste ist, ist auch Unbesiegbarkeit. Zum Beispiel von der Passive von Healthes kann man damit in der Tat auch durchgehen. Wo ist Melissa gut? Melissa war sehr lange Zeit in Giants gut. Also, sie ist weiterhin auch gut in Giants. Giants 10, würde ich sagen. Für Giants 12 finde ich ein bisschen schwierig, sie einzubauen. Weil ich finde, Twins in den 12er-Dungeons, seitdem es jetzt Giants-Dragons-Necro 12 gibt, ist schon relativ heftig. Im Sinne von, dass wir da genug Damage haben und Speed haben und so weiter. Weil wir circa, ich glaube, 170 Speed brauchen, ohne Tower in Anführungsstrichen, dass wir vor dem Giants-Middle-Boss und so weiter dran kommen. Deswegen, aufgrund von Giants 12 wurden nicht nur die Damage-Werte, sondern auch vor allem die Speed-Werte, die man da für Teams braucht, sehr angehoben. Und ich finde, ein Twin-Team ist relativ schwierig zu bauen jetzt für Giants-Dragons. Im Vergleich jetzt zu früher und anderen Monster wie Crow und Raug oder auch Ikaru sind meines Erachtens da besser. Man kann es in Giants spielen, wenn man die Runen dafür hat. Ich persönlich würde es nicht mehr empfehlen. Zumindest nicht in Giants 12. Wohingegen sie ziemlich, ziemlich, ziemlich nice ist, ist der Necro. Weil die gesamte Necro-Boss-Mechanik nur auf Multi-Hits skaliert. Also im Sinne von, wir müssen ganz oft angreifen, weil wir dann das Shield von dem Necro-Boss killen können. Nicht nur, dass Melissa auf jeder Fähigkeit einen Double-Hit hat, also immer zweimal angreift und somit zwei Stacks von dieser Boss-Passive-Effekt macht. Ist schon mal ziemlich nice. Und das andere ist, dass sie, wie gesagt, immer mit einem Boomerang zusammen angreift, die praktisch nochmal als ein Hit zählen. Beziehungsweise es auch andere Boomerangs meines Erachtens gibt, die sogar auch noch einen Double-Hit haben. Deswegen Twins oder die Zwillinge generell, also das heißt die Boomerang und die Chakram-Dancer, kombiniert den Necro, der Necro-Boss schmilzt wie Butter dahin durch die Passive. Ist echt mega nice. Dann haben wir außerdem noch das Water-Rift. Da ist Melissa meines Erachtens auch noch richtig, richtig stark. Denn sie hat damit 50% mehr Damage im Wasser-Rift, weil wir Element-Vorteil haben. Plus wir bekommen 50% weniger Schaden, weil wir Element-Vorteil sind. Also wir sind praktisch Tank-mäßiger und machen aber auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden. Haben jetzt auch sogar zwei Debuffs integriert, die praktisch beim Boss draufgehen, nämlich Death-Break und Detect-Power-Break. Und die dritte Fähigkeit macht ja auch umso mehr Schaden, je mehr Debuffs wir haben. Und da wir im Rift meistens ein Team bauen, was auf sehr viel Debuffs aufbaut, wegen auch anderen Monstern wie zum Beispiel Crow oder Adela oder Homunculus oder sowas, passt es dazu ziemlich gut. Und wie gesagt, diese 50% Damage-Boost auf Element-Vorteil im Rift ist mega. Deswegen Water-Rift, eins mit Sternchen. Dann haben wir noch das Dark-Rift, da ist dasselbe Spiel, zwar kein Element-Vorteil, aber die ganze Dark-Rift-Boss-Mechanik dreht sich darum, dass wir sehr viele Multi-Hits haben. Ähnlich wie zum Beispiel in Necro. Deswegen, in Necro haben wir einen Shield, den wir killen müssen durch Multi-Hits. Und im Dark-Rift werden unsere Monster in Anführungsstrichen in so einer Art Käfig gefangen. Und wir müssen dann ganz viele Angriffe machen, damit dieser Käfig gebrochen wird. Und wie gesagt, Twins haben sehr viele Multi-Hits, damit wir diese Boss-Mechanik wirklich sehr gut countern können. Unser Monster wieder aus diesem Gefängnis rausholen können, damit es wieder Schaden machen kann. Und so weiter und so weiter. Das sind in der Tat die Einsatzmöglichkeiten, die ich gerade wirklich sehe, wo sie echt gut sind. Und für PvP sehe ich es jetzt nicht so stark, auch wenn die letzte Fähigkeit relativ nice ist. Wie gesagt, gegen Halfers zum Beispiel, wegen diesem Ignore von dem Unsichtbarkeits-Buff. Unsichtbarkeits-Buff in SV ist ziemlich lustig. Und Besiegbarkeits-Buff. Man kann es spielen. Ich finde, es gibt bessere Health-Discounter wie Oblivion-Monster, wie Monster, die schilden. Weil da nämlich die Heilung nicht mehr durchgeht. Oder einfach One-Shotten mit Deathbreak und einem dicken Schaden wie, keine Ahnung, Laika oder irgendwas. Oder auch Skogul mit dem Stein. Und Ähnliches. Oder auch Healblock generell. Ähm, finde ich, gibt es besseres für Arena oder auch PvP. Ja. Ist nur meine Meinung. Daher. Vielen Dank, was du gucken. Ich hoffe, das Video hilft für euch. Ihr konntet euch so ein kleines Bild machen nach dem Motto, wo wir das hinkriegen. Ah, was ich noch ganz vergessen habe, ist, wie man es baut. Hätte ich fast vergessen, weil schon wieder lange so ein Video nicht am Start gewesen ist. Ähm, für das Early-Game, wie gesagt, für Giants sehe ich es nicht so. Aber wenn man irgendwie am Anfang noch Giants 10 farmen möchte, okay, dann würde ich spawnen wahrscheinlich auf Fatal. Fatal Blade, also Fatal Klinge. Ähm, mit Attack, Crit, Damage, Attack in Slot 2, 4, 6. Ähm, ich würde gucken, wenn wir es hätten, ein bisschen Treffershaut zu bauen, wegen der zweiten Fähigkeit. Weil vor allem auch für Giants ein Attack Break ziemlich nice ist. Ähm, und eben später im Verlauf des Games, also Late-Game oder höher. Also dann eben auch für Rift-Dungeon oder sogar teilweise Rift-Dungeon-High-Score-Teams oder ähnliches. Würde ich dann entweder auch auf Fatal bleiben oder Rage. Oder, meines Erachtens das Beste, wäre Valant. Ebenfalls mit Attack, Crit, Damage, Attack. Weil die Monster nicht so viel Speed benötigen. Kleine Anmerkung noch zu Giants, was mir gerade einfällt. Warum ich sie auch nicht so toll in Giants finde, ist, weil sie sehr viele Multi-Hits hat. Und der Giants-Boss eine Boss-Mechanik hat, wo er nach jedem siebten Angriff, den wir auf den Boss machen, uns Counter-Attack, also Revenged. Und, ähm, dann sehr viel Schaden macht. Und das wollen wir vor allem im Early-Game eben auch nicht. Also Giants kann man. Ich würde es nicht empfehlen. Soviel, wie gesagt, zu Melissa. Vielen Dank, was du guckst. Und wir sehen uns beim nächsten Stream oder im nächsten Video. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und... Ciao, ciao.